Nur dieses eine Mal wird sich die Lieferung verspäten. Es gab ein paar Zwischenfälle, aber es wird nie wieder vorkommen. Laber nicht drum rum. Wann kommen meine Waffen? Nicht so laut. Sie kommen nächste Woche an. Takt mal auf, wenn meine Waffen morgen nicht kommen. Na mein Schatz, was gibt's Neues? Jason, ich habe so Angst. Mr. Wilson. Er, er will... Was? Nein! Willkommen bei MacGun, Ihre Bestellung bitte. Ich hätte gerne das, ähm... Das Recherpaket bitte. Hier bitte. Jetzt wirst du büßen, was du meiner Frau angetan hast. Denkst du, das wird sie wieder zurückbringen? Nein, aber so ein Wesen wie du es bist, hat es nicht verdient, auf diesem Planeten zu leben. Ach Jason, du bist genauso naiv wie deine Frau. Guten Flug. was? Ah... 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 ... Lena? Jason? Wo sind wir hier? Was glaubst du denn, wo wir sind? Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Das ist auch nicht wichtig. Die Hauptsache ist, dass wir wieder vereint sind.